Es folgt 10 vor 10. Die Nachrichtensendung des Schweizer Fernsehens von 21.50 Uhr. Meine Damen und Herren, guten Abend. Unsere Themen heute. Höhere Hürden. Immer mehr Soldaten wechseln in den Zivildienst. Jetzt fordert Bundesrat Maurer strengere Zulassungsregeln. Gemeinsames Ziel. Blocher, Löwra und Hayek rücken den Grossbanken gemeinsam zu Leibe. Neue Spekulationen. Die südafrikanische Sprinterin Carsta Semenya soll intersexuell sein. Und umstrittene Körperwelten. Wissenschaftlern geht die Leichenschau von Gunther von Hagens zu weit. Armee-Chef André Blattmann fordert strengere Regeln für den Zivildienst. Er reagiert damit auf den massiven Anstieg der Zivildienstgesuche seit der Abschaffung der Gewissensprüfung. Der Armee gingen zu viele Soldaten verloren, die sie gerne behalten würden, sagt der Armee-Chef heute in der Mittellandzeitung. Nun erhält er Unterstützung vom Verteidigungsminister von Ueli Maurer. Die ersten paar Monate sind dramatisch. Wir verlieren viel, viel zu viel an den Zivildienst. Und die Weiterentwicklung muss man sorgfältig im Auge behalten. Und wenn der Trend anhalten, braucht es dringend und rasche Korrekturen. 4'300 junge Männer haben dieses Jahr bereits sein Zivildienstgesuch eingereicht. Durschnellmann und Nicole Vögele berichten. Er ist einer von vielen. Michael Kraft geht dank dem vereinfachten Aufnahmeverfahren in den Zivildienst. Mit wenigen Klicks hat er sich das Gesuchsformular vom Internet heruntergeladen und sich bald darauf von der Armee verabschiedet. Schauen Sie, wir haben hier in diesen VKs, sind wir umeinander gesessen, auf gut Deutsch gesagt, ein grosser Teil der Zeit. Und das ist in meinen Augen, ja, da kann ich meine Zeit besser einsetzen. Darum haben Sie das Gesuch ausgefüllt? Darum habe ich schlussendlich das Gesuch ausgefüllt und bin jetzt im Zivildienst. Hätten Sie das auch gemacht, wenn Sie noch hätten von dieser Gewissensprüfung gehen müssen? Nein, ich denke nicht. Es ist doch eine grosse Hürde gefallen dadurch. Noch nie war es so einfach, vom Militär wegzukommen. Möglich ist dies während des Dienstes sogar innert weniger Tage. Hans Schatzmann, Präsident der Offiziersgesellschaft, empört sich. Ein normaler Militäraltag sei so nicht mehr möglich. Wir sind Fälle zu Ohren gekommen von Soldaten, die beispielsweise nicht auf die Sonntagswache wollen. Sie wollten sich dispensieren lassen. Als das nicht passiert ist, haben sie mit der Einreichung eines Zivildienstgesuchs gedroht und auf diese Art natürlich die Vorgesetzten unter Druck gesetzt. Und das ist eine klar missbrüchliche Angelegenheit. Es gibt dann auch Fälle, die dann zu Gesuch tatsächlich kurzfristig eingereicht worden sind und auf diese Art der betreffende Angehörige der Armeefreistellung von Militärdiensten erreicht haben. Rasch handeln, damit die Armee nicht noch mehr Soldaten verliert, das will auch der Verteidigungsminister. Es gehe nicht an, dass ein Wechsel zum Zivildienst als Druckmittel eingesetzt wird. Bis jetzt sind es Einzelfälle, aber es gibt die Fälle, wo man einfach die Woche nur leben will. Und so geht man im Zivildienst, Kaderausbildungen, Weiterbildungen, wo man ein Gesuch stellt für Zivildienst und damit um eine Unteroffizierschule rauskommt. Das sind Einzelfälle in der Praxis. Und ich glaube, da muss man rasches Signal setzen, dass man nicht einfach wegen einer schlechten Launen am nächsten Tag ein Gesuch schreiben kann. Das untergibt ja wahrscheinlich die Autorität der Vorgesetzten, der Kommandanten, denke ich. Das macht es tatsächlich schwierig. Aber es ist auch klar, dass man auf solche Erpressungen nicht eingehen kann. Also dann muss halt jemand gehen und auch Konsequenzen tragen. Ich denke, da braucht es aber noch ein bisschen aneinander gewöhnen. Und das muss man meiner Meinung nach eigentlich neue Regeln werten. Die Entschleistung sollte ein Gesuch nicht möglich sein. Der Zivildienst. Statt ins Militär zu gehen, leistet man einen Sozialeinsatz. Dieser dauert eineinhalb Mal so lange. Früher musste ein junger Mann, der nicht in die Armee wollte, einen Gewissenstest absolvieren. Seit es diesen Test nicht mehr gibt, ist die Zahl der Gesuche massiv angestiegen. 2007 gingen gut 1700 Zivildienstgesuche ein. Letztes Jahr waren es gut 1900. Und dieses Jahr sind es bereits über 4300. Samuel Wehrenfels ist der oberste Zivildienstler der Schweiz. Heute hat er in der Zeitung gelesen, dass der Armeechef strengere Regeln für die Aufnahme in den Zivildienst fordert. Er verteidigt das Verfahren. Es wird wohl Fälle geben, die einzelne Leute mit unlauterem Motiv zum Zivildienst gewechselt haben. Wir gehen aber davor aus, dass das auf keinen Fall die Regeln ist. Ich glaube, es ist nicht statthaft, wenn man aus Einzelfällen heraus ein System und eine Institution insgesamt in Zweifel zieht. Im Parlament fordern bereits mehrere Politiker, dass die Gewissensprüfung wieder eingeführt wird. Ausserdem wollen sie den Zivildienst verlängern. Für den einen war der 12. September 2007 ein Tag des Triumphs, für den anderen der schwärzeste in seinem Politleben. SP-Präsident Christian Löwra war maßgeblich an der Abwahl von SVP-Überfahrter Christoph Blocher aus dem Bundesrat beteiligt. Wer hätte da gedacht, dass die beiden Kontrahenten einmal gemeinsam mit dem gleichen politischen Anliegen vor die Öffentlichkeit treten würden. Der Mann in der Mitte hier, Swatch-Gründer Nikola Hayek, hat es bewirkt, dass man gemeinsame Sachen macht in einem Vorstoss. Die beiden Grossbanken, die CS und die UBS, finden alle drei, seien zu gross und eine Gefahr für die Schweizer Volkswirtschaft, wenn sie ins Wanken kämen. John-Durie-Vinzenz aus Bern. Die grosse Verbrüderung des Altbundesrats mit dem SP-Präsidenten im Berner Hotel Bellevue. Es tut mir leid, dass sie mit einem falschen Motiv für etwas Richtiges sind, das wir seit Jahren portieren. Es stimmt in denen, die ihre Abwahl damals eingefädelt haben. Ja, selbst mit solchen Leuten, wenn es im Interesse des Landes ist, wollen sie halt auch mit widerlichen Typen an dich sitzen. Also zuerst musste ich mich etwas überwinden. Weil in der Bankenfrage ist Herr Blocher nicht gerade glaubwürdig. Es ist ein Freund von Marcel Ospel, er saß am Tisch der Abzocker. Er hat beim Casino-Spiele der Banken mitgemacht mit seinem Freund Hebner. Also es braucht Überwindung für mich, aber die Sache ist es dienlich. Blocher gegen Löwra. Mit der Abwahl des SVP-Bundesrats vor zwei Jahren war der Höhepunkt dieses Duells erreicht. Der SP-Präsident war einer der Drahtzieher. Ich bin jetzt froh, dass wir in der Situation sind, wo Christoph Blocher abgewählt worden ist. Zurück ins Hotel Bellevue. Die Begrüßung ist kurz. Zusammengebracht hat die beiden Gegner Uhrenunternehmer Nikolaus Hayek. Wie die beiden Politiker ist er der Ansicht, dass es einen Fall UBS nicht mehr geben darf. Dass der Staat im Krisenfall eine Bank retten muss, nur weil sie so groß ist, dass man sie im Interesse der Volkswirtschaft nicht fallen lassen kann, too big to fail, darf sich unter keinen Umständen wiederholen. Die Forderungen. Eine höhere Eigenkapitalquote oder die Aufteilung der Banken, zum Beispiel in Landesgesellschaften. Doch die Gemeinsamkeiten sind schnell erschöpft. Das zeigt sich auch während der Pressekonferenz. Blocher wirft der SP vor, zu viel eingreifen zu wollen. Ihr Weg ist ein Irrweg, die Banken zu regulieren, dass die Politiker bestimmen, was es dort geht. Wir haben in praktisch alle Fragen Differenzen mit der SVP. Aber was es jetzt bringt, ist ein Problem, das wir auf den Punkt stellen müssen. Das ist das Problem der Banken, die zu gross sind, der Eigenmittel, die zu tief sind. Die weitere Regulierung, die die SP hat, die lehnen wir ab. Die wollen wir nicht. Der Lebray hat jetzt mehr von denen gesprochen. Und ich habe jetzt da mehr von deren Einigkeit geredet. Und das ist ja natürlich, das wäre jetzt wirklich nicht gut gewesen, wenn wir da einen Antiterp genommen hätten. Jetzt haben wir aber gleich gemerkt beim Herrn Löwner und beim Herrn Blacher. Die haben vor allem einen Haufen Unterschied. Haben Sie das Gefühl, trotzdem, das bringt etwas? In der Schweiz, Sie sollten doch stolz sein. Verdammt nochmal, wenn Sie in der Schweiz nur eine Partei hätten, dann gehen Sie nach Libyen, da haben Sie eine. Wo die Leute alle nichts wollen, etwas zu sagen. Die beiden, das habe ich gewusst, werden Sie bestritten. Aber wir haben eine Position, die unwahrscheinlich wichtig ist, das Papier, das Sie in der Hand haben. Das ist ein sehr breiter Konsens, die beide haben. Im gemeinsamen Positionspapier fordern die Unterzeichner die Wirtschaft und die Finanzmarktaufsicht zum Handeln auf. Zum Schluss posieren Unterzeichner und ihre Mitstreiter harmonisch fürs SP-SVP-Familienfoto. Der Blick an die Börsen. Der SMI gewinnt heute 0,4 Prozent. Der Dow Jones kurz vor Börsenschluss 0,2 Prozent im Minus. Drei offizielle Kandidaten treten in fünf Tagen zur Bundesratswahl an. Wo gleichen sie sich, die Herren Schwaller, Burghalter und Lüscher, und wo nicht? 10 vor 10 hat den Anwärtern auf den Zahn gefühlt. Sie mussten sich den genau gleichen Fragen zu verschiedenen Themenbereichen stellen und hatten nur Anrecht auf eine sehr kurze Antwort. Sarah Leuthold. Drei Favoriten. Drei verschiedene Charaktere auf dem Weg zur Spitze. Beschwingt. Bedacht. Bestimmt. Die Wege der drei Zentrumskandidaten trennen sich bei Stil und Inhalten. Hat der Herr Bundesrat März in Liebe richtig gehandelt? Meines Erachtens nein. Das Mandat war nicht klar. Ich glaube, man hat uns am längen Seil geführt. Wir sind ein souveräner Staat. Ich würde die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Er hat richtig gehandelt, weil es sollte etwas gemacht werden. Leider wurde es nicht genug konsolidiert im Bund selbst, also im Bundesrat selbst. Der Vertrag ist gut, aber es gibt ein Problem mit der Umsetzung dieses Vertrags. FDP-Unterstützung für den FDP-Bundesrat also. Wie aber stets um die Unterstützung der Menschen, die wenig verdienen in der Schweiz? Befürworten Sie die Einführung eines Mindestlohnes für alle Arbeitnehmenden? Nein, ich glaube wirklich, das muss genau diskutiert werden in den verschiedenen Branchen und Unternehmen. Ja, ich habe mir ausgesprochen, 3'000, 3'500 Franken, das stimmt mir richtig zu. In meinen Träumen ja, aber man muss auch der Realität anpassen. Also in Realität nein? In Realität, heute ist es nicht möglich. Also die Antwort ist Nein. Alle Kandidaten sagen von sich, sie seien wirtschaftsfreundlich. Sollen die Swisscom-Aktien des Bundes verkauft und die Firma privatisiert werden? Im Prinzip ja, weil das ist eine Frage von Liberalismus, aber wir müssen flankierende Massnahmen treffen. Ja, in der langfristigen Zeit soll es als Ziel sein, mindestens eine kleinere Beteiligung des Bundes. Soll Swisscom privatisiert werden? Nein. Politik zu machen ist für Bundesratskandidaten selbstverständlich. Doch diese Tür steht fast überall im Land nur den Schweizern offen. Sollen Ausländer auf Gemeindeebene in politische Ämter gewählt werden können? Ja, das wäre gut. Das ist in Neuenburg der Fall schon und das ist gut für die Integration. Ja, und davor behauptet, dass es gemeint, dass es abschließt. Ich glaube, dass zuerst sie müssen integrieren und um zu integrieren, müssen sie den Schweizer Pass nehmen. Soll zum Schweizer Pass auch ein EU-Pass kommen? Die Kardinalfrage der Schweizer Politik. Soll die Schweiz der EU beitreten? Nein, es soll jetzt dieser erfolgreiche bilaterale Weg weiter konsequent gefolgt werden. Die heutige EU, nein. Wir müssen aber pragmatisch bleiben, die Entwicklung weiterverfolgen. Und wenn wir einmal nur nachvollziehen und neue Krimine entscheiden, müssen wir bereit sein, alle Optionen zu prüfen. Diese Frage müssen Sie dem Volk fragen. Heute, das Volk will das nicht. Und ich glaube, wir können noch den bilateralen Weg verfolgen. Weniger einig sind sich die drei Favoriten, wenn es ums Feiern ihrer allfälligen Wahl in den Bundesrat geht, beziehungsweise um ihre Festgesellschaft. Mit wem feiern Sie, wenn Sie Bundesrat werden? Didier Burkhalter. Wie oder mit wem würden Sie feiern, ganz privat, wenn Sie Bundesrat würden? Meine Frau, mit meiner Frau, immer. Mit wem würden Sie feiern, wenn Sie Bundesrat würden? Eigentlich mit allen Leuten, die mir das mögen, gönnen und werben Falsfreude. Vorerst aber wird nicht gefeiert, sondern gearbeitet. Der Druck ist gross. In diesem Punkt haben Sie nicht die geringste Meinungsverschiedenheit. Seit acht Jahren hat das heutige Datum einen bedrohlichen Klang unter dem Schlagwort 9-11. Islamistische Terroristen flogen ja am 11. September 2001 zwei Passagierflugzeuge kurz hintereinander in die Twin Towers in New York. Angehörige trauerten heute in New York um die Menschen, die in den Trümmern des World Trade Centers umgekommen sind. Eine Glocke erinnert an den Moment, an dem die Flugzeuge in die Häuser gerast sind. Gleichzeitig hielten auch Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle eine Schweigeminute vor dem Weissen Haus ein. Um genau 8.46 Uhr, als vor acht Jahren die erste Maschine ins World Trade Center flog. Der Sohn von Hermes und Aphrodite stieg einst nackt in einen Teich und unter Wasser umschlang ihn die Nymphe Salmakis so heftig, dass die Götter beide zu einem zweigeschlechtlichen Wesen verschmolzen. Dieser alte griechische Mythos hat den modernen Biologen so gefallen, dass sie bis heute Zwitterwesen mit dem Begriff Hermaphrodite bezeichnen. Und dass eine australische Zeitung jetzt die südafrikanische 800-Meter-Weltmeisterin Castor Semenya als Hermaphrodite bezeichnet, das erschüttert Südafrika. Schon als die 18-jährige südafrikanische Siegerin in Berlin die Goldmedaille verliehen bekam, gab es Bedenken, ob sie tatsächlich im gleichen Masse Frau sei wie ihre Konkurrentinnen, die sie so klar auf die Plätze verwiesen hatte. Jetzt aber ist der Streit so richtig ausgebrochen. Rolf Gatschett. Castor Semenya. Auf den ersten Blick eine junge Sportlerin aus Südafrika, in ihrem Land eine Nationalheldin. Mit ihrem Sieg an der Leichtathletik-WM in Berlin sprintet Semenya direkt in die Herzen ihrer Landsleute. Die 18-Jährige gewinnt den 800-Meter-Final um Längen. Der internationale Leichtathletikverband IAAF hegt bereits vor dem Rennen Zweifel an Semenyas Weiblichkeit. Deshalb ordnet der Verband einen Geschlechtstest an. Jetzt sickern aus diesem vertraulichen Verbandsbericht Details an die Öffentlichkeit. Die australische Zeitung Daily Telegraph behauptet, gestützt auf Aussagen eines Informanten, die Sprinterin würde sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. Sie sei ein Hermaphrodit. Heute reagiert der südafrikanische Sportminister auf die Zeitungsberichte. Was bestürzend ist, dass das Muster der Veröffentlichungen solcher Behauptungen sich wiederholt seit Miss Semenyas Demütigung am 18. August begonnen hat. Der Minister verstieg sich sogar zur Drohung, es werde Krieg geben, wenn Semenya die Medaille aberkannt bekäme. Ihre Landsleute stärken Semenya jedenfalls den Rücken. Der Leichtathletikverband IAAF schreibt heute auf seiner Homepage, dass er bis Ende November im Fall Kaster Semenya nicht weiter Stellung beziehe. Gestern noch sagte Verbandsgeneralsekretär Pierre Weiss am Leichtathletik-Final in Thessaloniki, Es ist klar, dass sie eine Frau ist, vielleicht einfach nicht zu 100 Prozent. Frau, Mann oder beides? Für Kaster Semenya selber ist klar, was sie ist. Zuallererst eine Sportlerin. Heute geht in unserer Kinderserie um einen kleinen Jungen in neureichen Kreisen in Moskau. Er heisst Nikolai Gogol und ist ein entfernter Nachfahre des berühmten Dichters mit demselben Namen. Das ist aber auch schon fast das Spannendste in seinem Leben. Christoph Franzen hat klein Nikolai besucht und von ihm dabei ein neues russisches Wort gelernt. Sukatische, was so viel heisst wie total langweilig. Ich heiße Nikolai Gogol, liebe Pferdesport und wohne in der Stadt Moskau in Russland. Nikolai Gogol und seine Eltern sind heute Gastgeber. Es ist der 1. September-Sonntag im Grünen außerhalb Moskaus. Gut betuchte Russen versammeln sich zum sonntäglichen Vergnügungsevent. Millionäre und solche, die es werden wollen. Im Elite-Pferdegestüt Atrada findet heute der Governor's Cup im Dressurreiten statt. Nikolais Mutter Natalia führt hier das Luxusrestaurant. Und sein Vater Nikolai Senior ist der Besitzer des Pferdegestüts. Neben den Eltern sollen auch die Kinder hier auf ihre Kosten kommen. Entertainer sorgen für Abwechslung und Unterhaltung. Sogar echte Kosaken treten zwischen den Dressurwettbewerben auf, zeigen waghalsige Kunststücke und sorgen für gute Stimmung. Die weißen Pferde haben mir am besten gefallen. Die haben richtig getanzt. Wunderschön, stimmt's, Nastja? Klein Nikolai kann sich dafür wenig begeistern. So spektakulär die Kunststücke auch sind. Nach ein paar Stunden hat Nikolai endgültig genug vom sonntäglichen Festbetrieb. Allein geht er in die Restaurant-Lounge seiner Mutter, während draußen die Feier weitergeht. Immerhin gibt's noch ein Handy, Marke Porsche Design. Aber auch das bringt's irgendwie nicht. Was machst du jetzt? Weiß nicht. Gehst du heim? Nein. Total langweilig. Ist dir oft langweilig? Ja. Manchmal ist es mir total langweilig hier. Nicht immer. Schließlich habe ich ja noch meinen Computer. Aber an den Wochenenden ist's manchmal wirklich langweilig. Am nächsten Morgen. Schultag, Frühstück um 7 Uhr. Die Haushälterin hat für die Brüder frischen Kuchen gebacken. Nikolai bevorzugt aber Schokolade. Der private Sicherheitsdienst öffnet die Eisentür vor dem Haus. Jetzt beginnt für Nikolai Gogol wieder der Alltag. Jeden Morgen wird er vom Chauffeur in die Schule gefahren. Oft gehen Kinder wohlhabender russischer Eltern in Privatschulen oder Internate im Ausland. Nicht so Nikolai. Er geht in eine staatliche Schule in Moskau. Den Alltag der Schulkameraden betrachtet er aus dem Fond der Luxuslimousine. Diese staatliche Schule im Stadtteil Mitina zählt zu den Besten in Moskau. In der ersten Stunde steht Grammatik auf dem Programm. Wir wollen wissen, welche Fächer ihm am besten gefallen. Informatik, Mathematik, Tonen, Englisch, Russisch und Lesen. Und was gefällt dir am besten? Gar nichts gefällt mir. Ich mag Schule nicht. Was gefällt dir denn nicht? Überhaupt, die ganze Schule. Es ist später Nachmittag im Pferdegestüt Atrada. Reittraining und das macht endlich Spass. Die Eltern haben Nikolai und seinem Bruder zwei Prachtspferde gekauft. Für insgesamt über 100.000 Franken. So schnell und so hoch wie möglich. So hat es Nikolai am liebsten. Dressurreiten liebe ich überhaupt nicht. Das ist langweilig. Schritt und Trab, mehr nicht. Ich mag am liebsten Hindernis reiten. Vor allem im Wald. Das ist wirklich spannend. Also, danke für das Interview. Aha, auch unser Interview war also total langweilig. Naja, hier die weiteren Schlagzeilen des Tages. Der Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf ist repariert. Er soll Mitte November wieder in Betrieb genommen werden, heißt es von CERN. Eine Panne, kurz nach der Inbetriebnahme, hatte den größten Teilchenbeschleuniger der Welt mehr als ein Jahr lang lahmgelegt. In der Türkei naht eine neue Regenfront. 6000 Helfer sind in Alarmbereitschaft. In Ankara empfiehlt der Bürgermeister, den Einwohnern für einige Tage in die oberen Stockwerke zu ziehen. In der belgischen Stadt Charleroi haben Bauern aus Protestmilch vor dem Rathaus ausgeleert. Immer mehr Milchbauern in Belgien und Frankreich wehren sich gegen die Politik der EU, den Milchmarkt weiter zu liberalisieren. Günter von Hagens lässt wieder die Puppen tanzen, beziehungsweise die Leichen. Elf Jahre nach seinem ersten Besuch mit der umstrittenen Ausstellung Körperwelten in der Schweiz, lädt der deutsche Arzt erneut zur Leichenschau mit Special Effects. Diesmal posieren seine toten Vorzeigemenschen in allerlei auffälligen Positionen. Den einen gilt von Hagens als geldschäffelnder Leichenfledderer, den anderen als pionierhafter Aufklärer. Stefanie Schunke fragt auch in wissenschaftlichen Anatomenkreisen nach, was man dort von den schön herausgeputzten Leichen hält. Das geht unter die Haut. Der tote Körper in allen Lebenslagen, vom Fötus bis ins hohe Alter. Die neue Körperwelten-Ausstellung, Zyklus des Lebens, liefert wieder tiefe Einblicke in die Anatomie des Menschen. 200 Exponate, präpariert für die Ewigkeit, gibt es zu sehen. Gunter von Hagens und seine Frau zeigen selbst zwei Leichenpaare beim Sex. Der inszenierte Höhepunkt sozusagen. Ist das nun Wissenschaft für jedermann, Kunst oder einfach pietätlos? Die geladenen Gäste der Eröffnungsfeier sind unschlüssig. Die Faszination spüre ich auch, obschon mich so ein bisschen erschreckt aus. Ich habe so eine Form von Ruhe, von Demut gegenüber dem, was ich hier sehe, gespürt. Und das berührt mich sehr. Der Gedanke, ob es jetzt echt ist oder künstlich hergestellt, ist ein bisschen Gratwanderung. Also wenn es jetzt künstlich wäre, würde ich wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Und das wäre mir vielleicht auch lieber der Gedanke, es ist künstlich, also es ist echt. Die Körperwelten sind seine Welt. Seit Jahren trotz Gunter von Hagens aller Kritik. Mit Erfolg. Rund 30 Millionen Menschen haben seinen Anatomieunterricht mit Show-Effekt schon durchlaufen. Doch hat eine Leiche im Spagat noch etwas mit Wissenschaft zu tun? Der Plastinators-Leidenschaft meint ja. Ich bin zumindest erst einmal Arzt. Und als Arzt ist es mir viel wichtiger, Krankheiten zu verhindern, als Krankheiten zu heilen. Und ich weiß, dass ich hier Krankheiten verhindere. Denn ich bin das heute wieder beim Sockenkaufen hier in einem Kauf angesprochen worden von einem ehemaligen Basler-Besucher. Der sagte, wegen Ihnen habe ich mir noch Rauchen aufgehört. Dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar. Und dann weiß ich, dass ich am richtigen Fleck arbeite. Vor 32 Jahren erfand der Arzt aus Heidelberg die Plastination. Mit Kunststoffen, wie Silikon oder Kautschuk, imprägniert er Leichenteile. Hier wird gerade eine Rinderniere haltbar gemacht. Heute arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit von Hagens Verfahren. An der Universität Zürich werden tierische, aber auch menschliche Leichenteile nach seiner Methode präpariert. Ich denke, die Arbeiten von Herrn von Hagens haben die Anatomie sehr wohl beeinflusst. Er ist sicher ein Pionier, dadurch, dass er die ganze Plastination hervorbracht hat. Und das ist jetzt eines von diesen Verfahren, die wir eben auch anwenden, um letztendlich beispielsweise in der Lehre und in der Forschung Präparate am Student oder beispielsweise auch am Arzt präsentieren zu können. In der Studiensammlung der Universität erhalten die angehenden Mediziner dank der Plastinate tiefe Einblicke in alle Schichten des menschlichen Körpers. Dafür ist das Institut auf freiwillige Körperspender angewiesen, wie auch Gunther von Hagens. Doch die Leichenshow des Arztes geht Frank Rühli eindeutig zu weit. Als Anatomer von der Uni sagen wir, dass wir keine Kommerzialisierung wollen vom Leichenwesen, dass wir keine Verfremdung auch wollen. Also das Wichtige ist, dass die Anatomie eben wirklich in ihrem ursprünglichen Kontext eigentlich gezeigt wird. Wichtige Wissenschaft oder kranke Kunst? Es ist ein schmaler Grat, den Gunther von Hagens beschreitet. Genügend Besucher wird seine Ausstellung trotzdem oder gerade deswegen anziehen. Lebhaft unser weiteres Programm auf SF1 nach Meteo Di Arena über die Bundesratswahl vom nächsten Mittwoch. Danke und einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017